Auweia, hier muss man ja fast Angst haben, dass diese dünnen Beinchen beim Treppensteigen abbrechen. Dabei gehören diese zu Schauspielerin Denise Richards und die galt ja eigentlich immer als eine der schönsten Schauspielerinnen Hollywoods. Doch beim Besuch der amerikanischen TV-Show Extra war es nicht ihre Schönheit, die besonders auffiel. Bitte willkommen Denise Richards! Vor allem wegen ihrer mehr als schlanken Figur auf sich. Dabei sah sie noch vor ein paar Jahren aus wie das blühende Leben, mit einer wunderbaren Ausstrahlung und rundum gesund. Vielleicht ist sie mit den Jahren einfach nur dem altbekannten Schlankheitswahn verfallen. Womöglich ist es aber auch die private Situation, die ihr das Leben schwer macht. Denn Ex-Mann Charlie Sheen spielt zur Zeit nicht gerade den Vorzeigepapa. Als alleinerziehende, berufstätige Mama ist es nicht verwunderlich, wenn einem das ein oder andere Gramm Fett ungewollt abhanden kommt. In jedem Fall sollte sie wieder mehr auf sich achten und wir wünschen ihr, dass sie in Zukunft auf kräftigeren Beinen durchs Leben gehen kann. ZEREN ZEREN Untertitelung des ZDF, 2020